Robin Grossmann, heute konnte er vor allem mit dem Powerplay nicht das bringen, was er normalerweise bringt. Hat die Absenz von Rafael Diaz trotzdem den Unterschied ausgemacht oder wie hat ihr das erlebt? Ich glaube wir haben die ganzen Playoffs bis jetzt noch nicht so überzeugt im Powerplay, sie sind relativ gut im Boxplay. Sie schießen heute zwei Shorthander, was sicher ärgerlich ist und das hat uns heute das Spiel gekostet. Jetzt haben sie das Break gemacht, das hätte man eigentlich am Anfang nicht gedacht, sie sind gut gestartet in der Serie, sie haben den ersten Match 4-1 gewonnen. Was bedeutet das jetzt für euch? Ja, es ist 2-1, das ist noch nichts. Man muss viermal gewinnen, um weiterzukommen und am Samstag im Hallenstadion alles geben und versuchen den Sieg zurückzuholen. Viel Erfolg dazu, merci vielmal. Danke vielmal, schönen Abend.